Flügelend, Rauchbetarn, der Volkswagen Fox, ein doppelsitziges Segelkunstflugzeug, ein Hochleistungs-Kunstflugzeug. Eines der eigenen Flugzeuge, welches diese Belastungen, wie man im Süd- und in der Luft eben auch parieren kann. Die Flugzeuge, der Flugzeuge, von dieser Flugzeuge, einen Rockstechnik-Kunstflugzeug, ein Armakt im Azul, dieели von der Flügel gedauert sind. kann sostenrücken, bis zu 9 bis zu 7 G, ist ein MDM-Fox, eine Struktur von Polak, mit 13 Metern, mit 530 Kilogramm und nur 28 Kilogramm als 42 Kilogramm, aber 4 tempi precisi per questo corno finale. Un saluto così bravo! Un saluto a Luca D'Emposio!